Alkohol ist zwar ein Entspannungsmittel, aber es stört den Schlaf und zwar die Durchschlafphase. Und das Essen am Abend ist sicher auch ungesund, weil man legt sich dann nieder und dann ist das ganze Essen am Herz. Da kriegt man Herzbeschwerden und die Herzbeschwerden führen wieder zu einem Stress, weil ihr sagt, ich habe einen Herzinfarkt und entwickelt sofort depressive Symptome.